Willkommen zur vierten Ausgabe 5 Minuten Farb. Heute werfen wir noch einmal einen Blick in unsere Immi Knöbel Ausstellung und nehmen euch mit nach Sylt. Immi Knöbel, eigentlich Wolf Klaus Knöbel, wurde 1940 geboren. Der Vorname Immi geht auf seine langjährige Freundschaft mit Rainer Giese zurück. Als Künstlerduo Immi und Immi waren sie am Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn an der Düsseldorfer Kunstakademie als Teil der Meisterklasse von Josef Beuys aktiv. Sie arbeiteten als Performancekünstler, experimentierten mit Fotografie und Film und schufen im Nachbarraum der Beuys-Klasse ihre ersten extrem minimalistischen Werke ohne Farbe und aus einfachsten Materialien. Anfangs arbeitet Immi Knöbel nur in schwarz-weiß. Ab Mitte der 1970er Jahre rückt die Farbe in allen denkbaren Nuancen in das Zentrum seiner Kunst. Der Ausgangspunkt sind die Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Die Beschäftigung mit den Grundfarben bleibt im gesamten Schaffen Knöbels ein wiederkehrendes Thema. Von 2004 bis 2010 arbeitet er zum Beispiel an der großformatigen Serie Ich nicht. Der Titel der Serie Ich nicht nimmt Bezug auf den amerikanischen Künstler Barnett Newman und seine Primärfarbenbilder aus der Mitte der 1960er Jahre. Who is Afraid of Red, Yellow and Blue? Knöbel hat diese Angst wahrlich nicht. Im Gegenteil. Er schafft ganze Räume in strahlendem Rot, Gelb und Blau. Die Grundfarben sind auch in seiner dreiteiligen Arbeit Eva quer durch Sylt ein wesentliches Gestaltungselement. Jeweils die große Rückwand des bunten Gewürs aus farbigen Profilen ist einer der Grundfarben vorbehalten. Imi Knöbels Arbeitsprozess ist mehrstufig. Alle Arbeiten werden zunächst in Entwürfen aus bemalten Papierstreifen oder Kunststofffolien sorgfältig vorbereitet. Danach werden sie großformatig umgesetzt. Ihr seht hier Eva quer durch Sylt Gelb von 1996. Die fertigen, dreidimensionalen Bildobjekte sind aus einfachen, innenhohlen Aluminiumprofilen und Platten, deren Vorderseiten einfarbig bemalt und deren Rückseiten miteinander verschraubt sind, zusammengesetzt. So entstehen Bildergitter, bei denen sich die Farben überlagern, überkreuzen und ergänzen. Alle Werke sind aus einzelnen, entzifferbaren Teilen zusammengesetzt. Sie könnten daher prinzipiell auch ganz anders aussehen. Was ihr hier seht, ist eine Möglichkeit. Es gibt unendlich viele. Und es macht einfach Freude, sich diese vorzustellen.